Ich möchte mich ganz herzlich begrüßen und möchte mich auch bedanken, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ich möchte mich auch bei dem Herrn Stadtrat, Herrn Gerhard, bedanken. Herzlich Willkommen. Bei Vereinsvorsitzenden, die unter uns sind und natürlich auch alle Kunstliebhaber, die so zahlreich erschienen sind. Wir eröffnen heute die Ausstellung Anatolische Seebeck-Frauen. Unser Künstler ist Herr Mustafa Ali Kassab, der gerade auf meiner rechten Seite ist. Er selber ist Vorsitzender des türkischen Künstlervereins der Ägäis. Seine Werke wurden sehr oft ausgesprochen.